Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es die Squad Battles Belohnungen Wie ihr seht schon, ich habe Silber 2 abgeschlossen Na gut, ich habe auch nicht viel gespielt, gerade dass das was am Wochenende war, am Samstag Ja, letztes Mal war es viel besser und wir schauen mal hinein So, wir bekommen Premium Gold Pack Dann ein Gold Pack und 4000 Münzen Na immerhin So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich erstmal die Belohnung gleich Ähm, ich glaube dafür muss ich erstmal raus Und nochmal So, die Münzen habe ich schon bekommen Jetzt schauen wir mal noch in unsere Packs hinein So, 2x Premium Gold Pack Und einmal Gold Pack Dann schauen wir erstmal in das Gold Pack rein Und 3x 2x 1x und los geht's Drück mir die Daumen Und was kommt? Äh, nichts Gutes auf jeden Fall Kappa Rechter Verteidiger Ja, moin Was kommt dahinter noch? Äh, Mimedi André André Ja, moin Dann hier ein paar Spielerverträge Ja, nichts Tolles Oh, hier 1000 Münzen noch, das ist schon mal nicht schlecht Dann haben wir noch Rooney Äh, kann man den? Mal gucken, was der wert ist Bestimmt nix Der ist nix wert Ich lass den mal, vielleicht kann man den Ah, ich hab den ja doppelt Okay Dann verhökere ich den Wenn er ja eh nix, äh, bringt So, dann öffnen wir das erste Premium Gold Pack Und Komm bitte EA gönnt mal Auf jeden Fall mal kein Walkout War ja wieder klar Ayev Sturm 77 Ja, moin Mal gucken, was hier noch dahinter ist Äh, Karamo Rinkorn Dann Wiederspielerverträge Äh, hier Heilung Positionsmodifikator Dann nochmal einer Dann hier Schottland Und, ja Ja, moin So, das letzte Pack Aus meiner Belohnung Komm EA Gönnt Gönnt mal Kein Walkout Ja, moin Clark 76er Clark Ja, was soll man dazu sagen Dann haben wir hier noch Long Grey Dann haben wir hier nochmal ein paar Spielerverträge Äh, Managerverträge Heilung Dann haben wir hier nochmal Dingsbums Dann haben wir hier Managerliga Äh, irgendwas mit Konfetti-Kanon Und hier irgendwie eine Ein Torsong Ja Das war ja nichts Arisches hier Schade Schade, schade Mal gucken Ich hab hier eigentlich noch was drauf gehabt Ah, die muss ich nochmal alle draufsetzen Resus Den hab ich ja noch gezogen am Wochenende Den hier auch Den hab ich doppelt gezogen Hintereinander Ja, aber irgendwie Will den niemand Kauf den mal jemand bitte Kapper Ja Was soll ich sagen Also EA gönnt nicht Wie immer Da würde ich sagen Bis am Freitag Da kommen die Also Donnerstag Kommt ja Die Dings Belohnungen Aus den Division Rivals Kann auch nicht viel sein Da würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen